Willkommen zurück zu einer weiteren Folge, Left4Dies wieder mit den üblichen Attentätern. Was? Attentätern? Naja. Ja, weißt du, wie ich's meine? Total nett und so. Ey, guck mal, der zeigt uns den Arsch, ja? Voll ohne! Pfff! Ja. Okay. Ja, gut. Fängt schon mal gut an. Oh, wie? Das war ein schöner Schäfer. Incoming. Oh, muss nachladen. Ja, geh weg. Ich hab da kurz raus. Okay. Ja. 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 Offen. Ja. 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 Ja, das habe ich auch gemerkt. Wir sind voll falsch. Wir hätten hier irgendwo abbiegen müssen. Na, wir hätten hier geradeaus durchgehen müssen. Ja, hier ist das Treppenhaus. Da wollte ich eigentlich durch. Oh, ne Witch. Licht aus. Hab ich. Ich habe noch bei den Wörn. Kein Ding, kein Ding. Die ist ein Stockwerk über uns, deswegen. Ich höre irgendwo einen Smoker. Ja. Hier geht's hoch. Hier kommt die Witch. Oh, shit. Ich gehe nicht zu Fuß. Das ist was für dich, Bill. Cardio. Geht zurück. Lade nach. Jo, lade nach. Kann es rein. Obwohl die Witch. Warte mal. Warte. Liegt die hier? Nein. Okay, hier muss man nicht lang. Incoming. Die Frage ist, von wo? Vorne. Von hinten ja nicht. Von hinten ist alles zu. Ich muss jetzt mal mitzuhören sparen. Oh, gut, dass du das sagst. Von hier unten kamen die, oder? Ja, mit rechts kannst du übrigens abwehren, ja. Okay. Also, wenn du die große warf hast, oder die kleine. Oh, shit. Das ist unfroh. Oh, da ist die Witch in der Ecke. Raus da, raus da, raus da. Lieber hier draußen als platt machen. Ich hab sie gesehen, die ist genau in der Ecke. Okay. Die sitzt da genau in der Ecke hin. Kannst du die werfen? Ich baller volle 10 auf sie drauf. Und go. Okay, tot. Ja, bin down. Fuck, aber hier müsste doch irgendwo Muni sein, naja. Warte mal. Was denn? Ich muss hier heilen. Das ist ja kein Ding, ich gucke hier nur nach Muni. Weil ansonsten überleben wir das nicht mit dem Fahrstuhl. Hier ist auf jeden Fall eine Rohrbombe. Ja, damit wo? Die hab ich aufgesammelt. Hier ist ein Smoker. Oder ein Hunter. Ausgetrickt. Voll hervorgeholt. Oh, scheiße, noch sechs Schuss Reserve. Das wird knapp, wenn wir wirklich keine Muni finden. Hier ist noch irgendwas. Hier sind noch Pillen. Ja, die brauche ich. Wir sind schon wieder falsch. Ja. Hier sind wir richtig. Holen sie den Aufzug. Ja, Muni. Munition. Äh, pass auf, die kommen hier aus dieser Wand. Die kommen aus dieser Wand und aus dem Ventilationsschacht und von vorne, na klar. Äh, okay. Drück. Oder ich drück. Also, Achtung. Du hast ja jetzt Muni. Ich deck vorne. Warte, ich mach... Oh, Boomer! Boomer. Und Hunter. Ich hab da vorne eine Rohrbombe geschmissen, also keine Angst. Okay. Die hat auch ordentlich was weggenommen. Kim, du musst nachladen. Echt? Ja. Ich schütze den Eingang, schützt du den Mittleren. Ja. Ich hab die Mitte. Achtung, vorne. Wow! Und Seite, Seite, Seite. Boah. Da brennen die Mitte. Alles cool. Smoker. War das okay? Pasch ist da. Rein damit. Hast du Munition genommen? Ja, hab ich. Gut. Oh, ich hab... Ich bandagier mich mal. Bandagier's nicht. Kannst du fassen, wie schnell die sind? Total ungerecht. Das ist völlig untypisch für Zombies. So schnell dürfen die überhaupt nicht sein. Ja, ganz meine Meinung. Was meint ihr? Können wir? Ihr solltet vielleicht noch draußen gucken, Jungs. Und nicht mit dem Rücken gleiten. Hallo. Umdrehen. Bill, Luis. Ich könnte ihm jetzt so ein Handy verpassen, ja. Ja, dich um. Na, du. Boah. Ab ihn. Da, Luis. Auch gut. Ja. Hat er gerade einen Menschenschrei gehört? Ja, halt. Ach guck mal, Gewitter, romantisch. Habe ich nie so wahrgenommen, das Gewitter. Geh es mal an. Oh, Boomer. Oh, ich muss nachladen. Da ist das Safehouse. Pass auf, gleich kommt ein großes Incoming. Deswegen lass mal beeilen. Also wenn wir hier näher sind, dann kommt ein großes Incoming. Das weiß ich. Ja, Fall vom Haus. Fall vom Haus. Und da ist das Incoming. Komm, komm, komm. Nein, geh nicht. Was ist denn da? Rennen, renn, 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 renn. Tank. Wo denn? Da vorne. Rennen. Oh, shit. Oh nein, falsche Richtung. Hier, komm. Wir trickst ihn jetzt aus, komm. Wo bringst du mich hin? Zum Safe-Proben. Wo war? Oh, shit. Unter. Ja. Jawoll, ey. Haben wir den Tank ausgetrickst, hast du es gesehen? Ja. Okay, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Hau rein. Ciao.